Musik Meinen Sie, ich kriege keine Probleme, wenn meine Personalien von Hand geschrieben sind? Das Wichtigste ist nicht die Zwift, sondern die Aussage dahinter und vor allem der Stempel des Polizeirevils vom Größten. Schilauke holte mit dem Stempel aus und knallte mit solcher Wucht auf meinen Personalausweis, als wenn er Kakerlaken zerschmettern wollte. Fragt man zum Beispiel einen Schweizer nach seinem Wohlbefinden, wird er trotz Krisenstimmung die knappe Antwort geben, gut, und dir? Der Grieche hingegen holte ein wenig mehr aus. Doxos, Zeus, mir hara, Gott sei Dank, alles freudig! Wenn dann nur nicht diese verdammten Schmerzen im Bein wären, als ob mein Rücken leider nicht genügen würde, hast du eigentlich auch solche Probleme mit dem Stuhl? Ich habe gehört, das kommt vom Cholesterin, warum müssen wir auch nur so verfluchte Fleißfläche sein? Und Sex habe ich auch nur noch jeden zweiten Tag, wegen dieser verfluchten Arthritis! Au, mein Nacken! Ich habe einen Krampf! Ja, ja, werde ich ausrichten! Gott sei mit dir! Mach's gut! Gott sei mit dir! Untertitelung des ZDF für funk, 2017